Willkommen zurück zu Planet Zoo. Erdwerke brauchen was zu essen, was zu trinken, wenn bräuchten sie einen kleinen Rückzugsort und wir pinnen jetzt mal die Landschaften an. Ich hoffe das Ding wird bald mal fertig. Sehr schön, Pflanzen braucht er nicht, sehr gut. Zack, zack, zack. Strom, wie weit bist du mit Erforschung? Strom. Weiß was, du Erforschers jetzt sollte eigentlich weiter schneller gehen. Es ist einfach nur nervig. Mehr kann ich dazu nicht sagen, es ist nur nervig. So. Awesome. Bege. So. So. Zack. Ja, das ist besser. Ja, 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 mach mal gleich. Mach endlich Stromversorgung fertig, ey, ich krieg keine Macke bei dem Ding. Ja, ja, ihr macht doch weiter da. Mann, jetzt geht weg. Gucken wir uns jetzt erstmal um die Tiere. Gut. Eine Richtung hat keinen Strom. Ah, jetzt bewegt der Arsch. Ja, dann holen wir uns erstmal noch Tiere. Nee, ich will wenig. Oh, ich wollte schon sagen. Einzeln, gut. Eins. Zwei. Äh. Die hat die auch noch nicht. Ja, kann man Einzelheiten. Ja, kann man Einzelheiten halten. Zwei. Vier. Wie weit bist du? Jetzt wird sie. Okay, wir haben ein bisschen Gas hier. Hier. Wenn sie nicht sch... Oh, ja, aber was, was, was ein Wunder. Wie viel die Rahmen jetzt ist schon. Sieben fehlen noch zwei. Ja, ist ja gut. Aufhören wir mal. Kanscher, Wildwund. Zwei Männchen, ein Weibchen. Aufhören. Ja. Ich hab's mitbekommen. Hat keinen Strom. Hat keinen Strom. Hat keinen Strom. Hat keinen Strom. Ich weiß. Ihr müsst mir das nicht 65 mal sagen. Müsste er mir nicht sagen. Äh, Fenster rein hier. Komm schon. Komm. Da machst du gleich. In der Zwischenzeit. Einmal Pfleger. Einmal Techniker. Einmal Tierarzt. Einmal dich. Arbeitsbereich. Und... Einmal neuen Arbeitsbereich. in zwei. 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 weg so ansicht weg das ist mit strom abgedeckter pass das machen wir gleich jetzt suchen wir uns erstmal strom dinge kann doch nicht wahr sein dass das ding im laufenden meter ausfällt jetzt lieber mehr davon viel spaß müsste eigentlich alles abgedeckt sein gleich 1 so und ich hoffe jetzt fallen die dinger nicht aus ist alles abgedeckt hier ist gestresst ja kann ich jetzt auch nicht ändern kann ich jetzt auch erst mal nicht ändern ich habe noch 65 andere baustellen wir haben einmal die schnecke erst mal eins am anderen so die schnecke hätte gerne mehr feuchtigkeit 50 prozent ist so viel 50 gut eine puff otter puff otter hätte gerne etwas weniger temperatur pillen dreher so senden gut ja das ist das erst geringere problem hier ist voll im bereich drinnen wie sieht es mit dir aus ein wenig weniger perfekt recht tief stark nicht mhm die vier du wirst eh verriken hier draus Ja, du hast es nicht ganz geschafft. Warst du langsam, Wartiger? Ein Wildhund. Oh Mann. Nee, du bist zu klein. So, jetzt bauen wir hier mehr Gras rein. Na, komm schon. Pflanzen brauchst du nicht unbedingt. Gut. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Spielzeug für dich. Gut. Super. Kuffotter. Schnecke. Immer noch Schnecke. Immer noch Schnecke. Felliger Pillendreher. Boi hat Frosch. Lass mich raten. Du hast einen negativen Einfluss. Jetzt nicht mehr. Okay. So, damit ihr wisst, was hier drin ist. Ich nenne es Tier. Kein Spaß. Das. Zack. Und. Zack. Und. Das. 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 Und. Das. Einmal Erdferkel. Gut. Jetzt gehst du erstmal auf Getränkejagd. Zack. Bei. Zack. Das. Wie wärs mit einem Weg. Wär. Wär. Wär super. Personal. Verkäufer. Okay. Mhm. Weg. Super. Jetzt brauchen wir noch ein Tier. Ein einziges Tierchen brauchen wir noch. Wildhund haben wir. Das haben wir. Die haben wir drinnen. Aran. Komm. Hyänen. 2 zu 2. Mal zwei Männchen im Angebot. Ja. Kaufen. 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 Perfetto mundo. Ich würde mal sagen wir bauen erstmal ein Gehege. Die brauchen etwas mehr Platz. Dann klatschen wir hier noch alles voll mit. So. Einmal ringsrum. 6 Meter. Da. Ich habe Lust dass die Tiere schon wieder abhauen. Dahin. Wir gehen hier rein. Schmeißen. Gut. Was ist das? Das? 20 Minuten haben wir noch. Ja. Technikforschung. So. Mr. Hygiene. So. Mr. Hygiene. Willen. Will sie was. Trinken will sie was. Ich schätze mal auch dass sie eine Unterkunft braucht. Dahin. Jetzt kommt die Feinheiten. Gelände. Mehr Gras. Äh. Etwas Erde noch beimischen. Sand muss auf jeden Fall weg. Mehr Gras kurz. Hervorragend. Pflanzen. Brauchst du nicht. Hier geht's gut. Okay. Du kannst das Tiergehege nicht erreichen. Ja, 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 ja. Sind wir bei. 2. 2. Wenn wir hier schon mal da sind. Äh. Ein Tierpfleger. 2. Und noch einen Tierarzt. Und euch fügen wir in Bereich 2 ein. Sehr stark. Wo denn? Ja. Weg mit euch. Es gibt Preise sehr günstig sind. Ja. Kein Problem. Alpha Kämpfe. Dann gehst du bitte mal auf die Hyäne. So. Souvenirverkäufe. Das pushen wir doch gleich mal. Finanzen Getränke. Alpshot Water. Okay. Pulpy. Das. Merchandise. Merchandise müsste es sein, ja. Fantastic Head. Infostand. So. Jetzt machen wir hier ganz, 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 ganz wichtig. Mülleimer. Rundherum. Hätten wir das schon mal erledigt. Wenn sie schon mal da sind, können sie gleich noch ein bisschen Geld da lassen. Müsste. Müssen die Hygiene noch aus. Müsste. Müssen die Hygiene noch aus. Gehen. Zack. Und die Hygiene. Okay. Okay. Noch mehr Getränkestände. ja gut hier haben wir jetzt so bin hier verkäufe hier ist verstorben hier drücken wie brauchen wir denn bist du zwei männchen bist du zwei weibchen wir sitzen aber wo bist du bist der tüpfelhygiene nix gar nichts zwei männchen zwei weibchen ja ja müssen sie halt auskämpfen wenn ich ja mal vorschlagen dass wir hier noch was zum putzen hinstellen 2 gehen die verkäufe hoch aber da ich ja schon sehe dass die leute Arbeitsbereiche 2 da ist das die brauchen geld gut jetzt müssen wir noch warten bis die verkäufe hochgehen das weiß ich dieses weiß ich wir sollten jetzt eigentlich auch nach oben schnellen hier sonst noch irgendwo inzwischen irgendwas wo wir was zwischen quetschen können moment obwohl ich das dinge nicht mag weil die ständig kaputt sind merchandise aber jetzt bereich 1 und arbeitsbereich 2 so wird man es eigentlich auch gleich geschafft haben kontrollieren wir mal das essen jetzt sind hier noch schon mal viel besser hier forschung welche tiere hatten wir jetzt noch nicht dich hat man noch nicht gut gut ja sehr geil neun ein tier verstorben gleich mal gucken gut woran liegt es was woran hapert es denn neun ich hab die sind für ein tier verstorben lass mich raten ne ne war das noch da die sind verstorben die sind da da sind auch da mingos sind da mingos sind da erdwerke sind da äh moment wenn ich es verstorben ja gar kenne mehr von Nee Das ist sicher ein leeres Gehege irgendwo haben Wo habe ich ein leeres Gehege? Hier Dann holen wir noch welche Hier hält man sie Okay Aber mal kaufen 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 Viel Spaß Technikwurten abgeschlossen Gezecreenheit Okay So Ähm Verbrechen Müsste eigentlich immer noch alles passen Ja komm her Glimmsqualität Wo ist es denn? F F F F Uff Was ist das? Oh Hören wir das Sehr schön So Gäste Ähm Wir brauchen Interessante Tiere Ziehen mehr als 60% Okay Sorge für mindestens durchschnittliche Zufriedenheit Aktuell Okay Hunger Die Leute haben also Hunger Kann ich euch hier reinsetzen? Gut Gut Bitterinärforschung abgeschlossen. Gäste. Toiletten. Ich brauche noch Toiletten. Na, können wir beide hin? Ach, dann brauchen wir hier eine kleine hin. Hier auch? Genau, erstmal die Landschaft ein bisschen verunstalten. Hunger. So, Gäste. Wo ist 70% hinbekommen? Jetzt wo ist Klasse, ja. Gut. Viel Zeit habe ich nicht mehr. Aber ich hatte das ja schon. Und mehr Tulippen. Genau. Hier ist hungrig. So. Na komm. Wie kann ich sowas lösen? Stimmt mit Bänke. Welche Bänke hier in der Zeit? Ich glaube, die ruhen sich dann aus. Gut. Ja. Okay. Na komm. Wollen wir mal in den ganzen Park noch Bänke verteilen. Sind sie nicht so kaputt. Gut. Da hinten sind sie voll im Arsch. Hier sind sie nämlich voll im Eimer. Gut. Gut. So. Energie wird besser. Hunger wird besser. Gut. Toiletten. Kann man hier eine große hinsetzen? Kleine. 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 Keine Fabriken. Was? 1. 1. Hunger. Hier ist verstorben. Mal den Zahnarzt. Okay. 65. Du hast. Du hast. Automaten. Ganz schlimme Geschichte jetzt hier. Zack. Hunger. Lassen wir erstmal alles zu mit den Dingern. Die leiden ja richtig. Sie leiden. Oh. Ich sehe sie hier auch schon leiden. In die Fresse rein. Wenn sie nicht drankommen, können sie hier am Automaten noch was ziehen. Na komm schon. Gut. Was sagt die Gästebewertung? 65. Jawohl. Das wird jetzt grün. Massiven Einsatz hier erstmal. Boah. Ah. Kommt schon. Läuft das so langsam. Kommt schon. Na. Ah. Nicht ganz geschafft. Oh. Weil ich auch lange warte. Aber ist okay. Na komm. 70% Gästebewertung. Fertig. Uh. Ah. Ticken zu langsam. Jo. Alles klar. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao. Ciao.